ARD Text im Auftrag von Funk 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 sehr kompetent in mehreren zügen was keine ahnung aber solange ich verstehe bis da monster runterfallen schweinezombie ich wäre ihnen dankbar wenn sie von diesem steil untergehen danke sehr da haben wir gar prädchen am schraus getan ist seit hamburgern pommes aber im sonne ordentlich mache ich entweder hühnchen oder bock hätte ich ja auch mir wieder so eine von magi diese polonese dose weißt du wieder warm zu machen einfach mal schön schlicht einfach als wenn immer so richtig groß oder anstrengend zu machen einfach mal schön easy mir fällt ja nichts runter machen was da los effektiv und schweine zombie angreifen oder hatte ich gestern mega angst dass stefan das macht aber er hat es zum glück nicht getan weil ich es ihm gesagt haben war sehr gut ich glaube dann wären wir richtig hardcore gefickt gewesen weil es dann sind hier diese nethersteine um das netherportal tja kopf siehst du warum habe ich das nicht bekommen warum habe ich den erfolg nicht bekommen ein und nur glaubt sein mein kopf ist aber verpackt deine mutter ist verpackt ja von dem mutter aus dem spiel ich muss mal ganz kurz vielen dank für die aufmerksamkeit bitte bitte man könnte mal aufhören zu klopfen alter ihr traxler ich muss hier fahren nicht du ich glaub doch aber auch gegen hier damit fahre ich hier alles ab was der server eins kreiert hat boi ich gerade ab da farmst du das quarts ich hoffe du hast die lackpick ex mit genommen ich habe ein lackpick ex bei aber ich habe fahren gerade ähm nether ziel nach bau ist sie von der bock ab ja da kannst du aber ein paar lohn kennen ja ne kannst du da dachte ich konnte dass du hierher kommst weiß nicht mehr wo die farm ist ich habe einen weg dahin gebaut du loppen aus dem portal rechts raus oder was total sag mal so 30 blöcke nach vorne und dann ist rechts ein tunnel ja ich fahre erstmal hier ip moment also gestern die burg die wir gefunden haben die hatte mindestens fünf lohn spawner innerhalb von 15 blöcken 20 blöcken das fisch das ist heftig naja das fand ich ein bisschen frech hier ist kein tunnel ich muss was kennen halt bevor du jetzt geradezu aber nicht über diesen berg gegenüber davor rechts direkt also nicht da hoch rennen da sind auch fackeln in so einem gang drinnen ja hier sind lauter fackeln dann geh ich geradeaus in den hügel hoch ne nicht den hügel habe ich gesagt so hör doch mal zu ach da ich habe ihn gefunden vor dem hügel was habe ich gesagt da ist rechts irgendwann zehn glöcke weiter ne das ist der gang zu ende jetzt geht es nach unten und dann unten den gang entlang ja und dann musst du so rechts abbiegen und gleich irgendwie so eine kurve ja hier die burg abbaut du bist schon da ja ich such grad den lohn spawner wo bist du denn? ich bin hier runter gegangen ne der ist ja über dir genau über dir ist ja da müssen wir schon so eine lohn schon rum fliegen wo? aber gehst du hier ganz gut oder was? ihnen gehts immer gut das ist gefährlich mit den schweinemenschen aber hier war doch nicht die lohe alter das ist kein spawner ja die lässt doch gleich da um die ecke wann wird das gelönt? oh so ich habe die treppe kaputt gemacht ich baue ihn mal ja was ist denn der lohn spawner? ich dachte hier wäre einer gewesen gleich ne ich glaube der war hier unten dann irgendwo links oder so kann auch möglich sein wir haben den safe zugebaut das stimmt das stimmt was ist denn? der gast ich bin sehr gewohnt das wenn mein namen schreit naja da hau da wieder auf die krank ich finde das ja geil mit den chainern dass da auch das licht wenn das durch diese ganzen gläser durchgeht ja so ein bisschen beleuchtet das ist geil ne der hammer alter ich überlege ob ich vielleicht auch noch unterschiedliche farben einsetzen das ist ja nicht so moin nachher zwei wieder so das habe ich erstmal genug jetzt brauche ich erstmal mehr Quarz was ok dann hätte ich da hinten was ok ok und ähm ich bin im never ne habt ihr gesagt ich bin im never ne ja aber bei mir ja bin ich ja quasi für mich selber verantwortlich wenn ich schlafen möchte ja allschick das ist gut wir haben hier zugebaut ich habe den spawner gefunden sehr schön ja das wird ne hood ehrlich sag's dir weil wir wieder es spawnt irgendwie nix wenns weil wir den gleich zugebaut haben ja komm mal her wie der aussieht der dreht sich aber der ist irgendwie normalerweise brennt ja so ein spawner noch ne ähm ja ah doch es spawnt oh man der fahrt die ganzen dinger wieder ab alter oh scheiße das ist ein ganz komischer spawner da ist eine lohe drin die dreht sich im kreis das ding ist zu oh oh ich glaube der ist verpackt der spawner die schießen ja nicht mal wirklich oh doch jetzt und doch jetzt oh 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 ich glaube da vorne wenn man eine große klappe hat oh lava 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 Was? Uiuiuiuiui! Oh nein! Was? Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Oh nein, 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 nein! Essen, 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 essen! Oh, ist ne gute Idee. Ja, du hast es auch gekriegt. Oh, ein bisschen knapp. Ich hab schon 10 Lohnstäbe. Wut? Komm ein. Ja, du weißt doch, wenn es ums Farmen geht, bin ich immer schnell. Ich hab noch 16 Pfeile. Ja, ich hab ja gar keine mehr, deswegen auch sehr knapp gewesen gerade bei mir. Ich hatte halt gerade nur mega Angst, dass hier ein Wizard noch kommt. Ich werd mal hier zubauen und hier zubauen. Elf. Ja, die brauchen wir ja, wenn wir so ins Ende wollen, ne? Für die... Enderperlen. Ja, für die Tränke und so. Auch, ja. Noch zusätzlich, ja. Deswegen also umso mehr, umso besser. Geht das auch ein bisschen leiser? Ja. Ja, so ein Wichs-Plopp, den ich auch brauch. Da ist ein riesen-Plopp. Moment, ich muss erst... Ach komm, scheiß auf den... Ja. Weil der droppt Magma-Creams. Eventuell. Huuu, blau. Einen hab ich. Geil. Du Hure, Alter. Du Hure, Alter. Schwede. Ich bekämpfe das Ding jetzt erstmal ein bisschen. Solange da nur 1-2 spawnen. Oh, oh. Das wird mein Erster tot. Oh, ein Herz! Und? Und? Ich hab keine Pfeile mehr. Okay. Mach den Raum wieder zu. Ja, 16 reichen. Wo bist du denn? Ich hör hier was schießen. Ne, das bin ich nicht. Ich geh zurück jetzt. Ich hab genug. Ich hab 23 Level, obwohl ich eigentlich noch ein bisschen mehr hätte. Weil ich find's schon ein bisschen... ...im Bullshit. Oh, ein Herz hier läuft noch rum. Das sollte man vielleicht zumachen. Könnte man runterfallen. Ich kann mir grade gut vorstellen, wie du unten auf dem Chat gegeiert hast, als ich sterbe, wa? Nee. Ich hab hier zu tun, dass ich hier nicht im Laufe falle. Okay. Geiern eigentlich ein Schimpfwort. Geiern? Nee. Geiern ein Schimpfwort sein. Weil du das gerade so negativ gesagt hast. Dafür steht wieder im Chat die Geiern. Ja, ey. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020